Der Weihnachtsmann verrät dieses Jahr wieder die Geheimnisse der Arbeit seines auch außergewöhnlichen und noch mehr magischen Büros. Bezaubere dein Kind schon zu diesem Weihnachten mit einer persönlichen Nachricht von dem Weihnachtsmann selbst. Erst, erstelle in einigen Minuten das eigene Video mit einem Foto, Vornamen Alexander, Sandra und einer Menge von Szenen, die extra für dein Kind vorbereitet wurden. Sei brav in der Schule! Samt dem Video bestelle den originellen Brief, versehen mit einem goldenen Siegel, der persönlich an dein Kind gerichtet wird.